Nunca Motoren D-Move ist universelle, kostenoptimierte Antriebstechnik. DUNCA Motoren D-Move ist sehr wichtig. Integrierte DC Servo Motoren von DUNCA sind seit 20 Jahren etablierter Standard in der Antriebstechnik. Diese langjährige Erfahrung hat DUNCA Motoren verknüpft mit zukunftsgerechter Technologie und eine neue Motorkontrollplattform geschaffen. Aus dieser Motorkontrollplattform möchte ich Ihnen die D-Move-Funktionalität vorstellen. Die D-Move-Antriebe eignen sich für Drehzahl-, Positionier- und Stromregelbetrieb. Sie können per Bus- oder per digitalen und analogen Eingängen angesteuert werden. Bewusst haben wir auf bestimmte High-End-Features verzichtet, um die Kosten auf ein Niveau zu senken, was in dieser Performance-Klasse einbehalten ist. Umgekehrt konnten wir Funktionen einbinden, die Sie bisher in dieser Klasse nicht erwarten konnten. Die D-Move bietet vollwertige Cat-Open-Funktionalität oder wahlweise Standalone-Betriebe. Sie können mit bis zu 30 Inkrementen pro Umdrehung positionieren. Sie können die Drehzahl regeln. Sie können das Drehmoment über die variable Strombegrenzung limitieren. Es stehen auch digitale Ausgänge zur Verfügung, die Sie frei parametrieren können. Ausgeklügele Schutzmechanismen sorgen dafür, dass selbst bei massiver Überlast der Motor nicht überhitzt. Für noch mehr Flexibilität können Sie SPS-Ablaufprogramme auf dem Motor hinterlegen. Realisieren Sie Ihre eigenen Projekte in Programmierumgebung Eclipse in der Programmiersprache C. Funktional bewältigen D-Move-Antriebe ein sehr breites Spektrum an Antriebstechniklösungen. In Kombination mit Getrieben und Bremsen aus dem modularen Baukasten hat Dunker-Motoren einen neuen Standard im Bereich universeller Antriebslösungen geschaffen. 해서 einen neuen Standard im Bereich. Etwa die Bremsen aus dem Markt